Musik Verdammt ruhig, wenn keiner was sagt, ne? Hallo Bastler, hallo Raper, hallo Freunde meines Kanals. Ich begrüße euch mit einem Video, wie ihr sehen könnt, jetzt ist es aus, mit einer Pico und ein Lemo. Der Lemo ist wie gesagt meiner, die Pico jetzt natürlich auch und ihr habt gerade gesehen, selbst mit meinem Schriftzug drin. Aber ich habe da nichts mit zu tun. Das heißt, das ist jetzt meiner, aber ich habe da weder eine Software aufgefahren, noch den Schriftzug reingemacht. Und wie ihr seht, das ist ein richtig schönes Schmuckstück, die Pico. Und dazu muss ich euch was vorlesen. Also es steht hier. Der Ort 13.03.2017 Hallo Diane. Schöne Grüße unbekannterweise von mir. Dann halt sein Nick bei YouTube. Mal ein kleines Danke für deine Videos, die du für so viele machst. Ich habe dir eine Pico poliert. Eine Seltenheit. Denn das gibt es so nicht einfach zu kaufen. Hoffe dir gefällt der Pico und dass du Spaß damit hast. Ich habe schon richtig leidenspaß. Vor allem mit Schriftzug Smogwolke. Recht herzlichen Dank. Nicht nur für den Schriftzug, sondern für das schöne Geschenk. Anbei. So ein kleines Döschen. Anbei in dem Döschen ist ein Metallpflegemittel. Vorsichtig aufmachen. Ist flüssig. Damit kann man alle Metalle wieder schick machen. Auch Kupfer und Co. Sparsam verwenden, weil sehr ergiebig. Und das Mittelchen nennt sich Heavy Metal Polish. Und ist von einer Firma, die Autoaufbereitungsprodukte für Profis hat. Dabei noch so ein kleines Läppchen zum Putzen. Natürlich jede Menge Papier. Und das Päckchen kam heute an. Und mir standen fast die Tränen in den Augen. Weißt du, mir standen echt fast die Tränen in den Augen. Ich habe, ja ab und zu kriege ich mal Päckchen mit älteren Geräte kaputt oder nicht kaputt. Für mich zur Verwendung. Und das freut mich schon. Aber, dass mir sowas jemand schickt. Also das hat mich heute Morgen fast die Schuhe ausgezogen. Also noch einmal recht herzlichen Dank an den Spender. Und ich werde sie in Ehren halten. Bis sie den Löffel abgibt. Oder eines Tages mal, wenn ich die Löffel abgebe. Und das Ding dann noch da ist, an meinem Sohn vererbt wird. So kann es auch gehen, oder? So, ich will nur mal bei der Piko. Das ist das Einzige, was ich bei der Piko so komisch finde. Hier oben. Ich drücke immer oder versuche immer hier oben zu drücken. Wegen Ihnchen. Muss man ja auch immer oben drücken. Muss man sich dran gewöhnen, dass man hier drückt. Möge der Lampf mit euch sein. Weiterhin viel Spaß bei meinen Videos. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und bis ein andermal. Winke, winke. Bye, bye. Eure Smokewolke, die Diane. Zuhören. Zuhören. where are you? Hush zeros.